In diesem Video geht es um die besten mechanische Tastaturen. Der Qualitätssieger in unserem mechanische Tastatur-Test geht an die Rocket Vulcan 121. Die Vulcan ist die neue mechanische Tastatur von Rocket, eine Komposition aus Innovation, Design, Langlebigkeit und Lichtkunst. Für Rocket ist die Vulcan ein Meilenstein, das erste Keyboard mit dem eigens entwickelten Titan-Switch. Die Schalter wurden von Grund auf neu entworfen, für Gamer, die einen sauberen Tastenanschlag mit einem spürbaren Druckpunkt wollen, möglichst schnell und präzise. Die Tasten sitzen fest verankert in einer eloxierten Aluminiumplatte. Sie sorgt für Haltbarkeit und bildet das Fundament der staubresistenten Schalter. Das lebendige IMO-Lichtsystem wird von dem transparenten Rahmen der Titan-Switches eingefangen und sorgt so für eine ästhetische Beleuchtung in 16,8 Millionen Farben. Die Vulcan wurde mit Leidenschaft entworfen und vereint die Prinzipien deutscher Technik und deutschen Designs. Es ist ein Präzisionswerkzeug für ein befriedigendes Spielerlebnis. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Cors RK55. Weisen Sie jeder der sechs dedizierten Makro-Tasten einzelne Tastenanschläge oder komplexe Tastenkombinationen zu blitzschnell und ohne zusätzliche Software. Regulieren Sie die Audio-Wiedergabe ohne Spielunterbrechung und mit direktem Zugriff auf Lautstärke und Medienwiedergabe. Minimale Hörbarkeit und angenehme Haptik ohne Leistungseinbußen. Ihre Eingaben- und Tastenkombinationen werden so ausgeführt, wie Sie es beabsichtigen. Abnehmbare Handballenauflage aus WEI-CHGUMMI zusätzlicher Komfort für endlose Spielsessions. Die Windows-Tastensperre der K55 RGB-Tastatur verhindert Ablenkungen, indem die Windows-Taste während des Spielens deaktiviert wird. Der Preis-Leistung-Sieger in dem mechanische Tastatur-Test ist die Team Wolf mechanische Tastatur. Präzises Feedback und mechanisches Gespür, das entsprechende Absatz- und Druckgefühl lassen Sie in die Eingabe eintauchen. Das weiche Eingabegefühl und die leisen Eigenschaften der Red Switches sind die Gründe für die Wahl. Es berücksichtigt sowohl Spiele als auch Office, hochwertige ABS-Tastenkappen, Aluminiumlegierungsstahlplatte, um eine zuverlässige, langfristige Leistung zu gewährleisten. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.